Vom Luxusarchitekten zum Luxusmarkenmacher. Der Franzose Fabien Baron gestaltet die Kampagnen der exklusivsten Modefirmen, entwirft ihre Parfümflakons ihr Image. Seit kurzem verantwortet er wieder das legendäre Magazin Interview. Zum ersten Mal, herausgegeben 1969 von Andy Warhol, illustrierte die Zeitschrift das Leben schillernder Persönlichkeiten aus dem New Yorker Jet Set und vor allem das von Celebrities. Und das ist bis heute so in Interview. You know, like for Marc Jacobs doing bags and you know in the front row you have like a, you know, such a star sitting at the show and wearing the clothes and seeing the picture after in the magazine. There we go. Designer Marc Jacobs ist die Ikone dieser Verzahnung von Mode, Kunst und Popkultur. In Interview wird er als moderner Andy Warhol inszeniert, in Frauenkleidung und High Heels. So hat man Jacobs noch nicht gesehen. Die Ausgabe innerhalb weniger Tage ausverkauft und inzwischen ein Sammlerstück. Ich denke, wie ich, ich werde vieles Erwartungen machen, um ein Produkt zu finden, das man nicht findet auf Internet. Das ist der Problem für die Magazin. Wie man ein Magazin zusammenbaut, ist, dass die News-Kontent in der Magazin ist, weil es in Internet ist. Die Drogenabhängige Lindsay Lohan, die Essgestörte Mary Kate Olson oder einfach Kate Moss. In Interview werden die Ikonen der Celebrity-Kultur sexy, lasziv inszeniert. Und vor allemal von einer anderen Seite gezeigt. Mit seinem Gespür für Zeitgeist hat Fabien Baron als Artdirektor bereits die italienische und französische Vogue zu begehrenswerten Titeln gemacht. Doch sein größter Erfolg, die Neugestaltung der Zeitschrift Harper's Bazaar Anfang der 90er. Das Grafikdesign, negative Laufweite und aus unterschiedlichen Typen zusammengesetzte Wörter. Damals wegweisend für alle anderen Magazine. Das war die Zeitgeist, die wir lebten in. Die Zeitgeistung war richtig. Es ist kein Punkt, dass ich etwas zu retro oder zu verrückt habe. Ich denke, es hat die Zeitgeist gegeben. Die Zeitgeistung war ein bisschen bizarren. Und die Fotografie, die Typ, die way I mixed it, it was very new, because people were not doing it. But sometimes in certain industries, things don't move as fast as you wish they were. Fabien Baron's Kunden schätzen die Mischung aus seinem minimalistischen und avantgardistischen Design. Für Balenciaga interpretiert er es futuristisch, für Burberry romantisch. Kühl und streng für Boss. Doch keine andere Marke hat Baron so geprägt wie Calvin Klein. Deren Jeans-Kampagne wurde von Anfang an mit viel Sex beworben und dafür oft verbannt. Calvin Klein, I mean, has been scandalous. Calvin Klein has been, like, you know, on the edge. And that's part of what made the image of Calvin Klein what it is today. I try to continue what Mr. Klein has done. And therefore, I don't hold back with some ideas, because there might be a risk that some group somewhere, a woman, won't like it or some people get upset. I mean, Sex has always been part of everything, always been part of fashion, you know. Und Sex war auch immer Teil von Fabien Baron's Arbeit. Zusammen mit Fotograf Stephen Meisel produzierte er 1992 den Bildband Sex. Darin Madonna in eindeutigen Bondage- und Fetischposen. Die Shootings, gefilmt von Fabien Baron selbst. Erotica. You know, we were shooting in Miami on the beach, in this house. And we had shot like a lot of things. And then at the end she was kind of like, oh, that was a good day and everything. And I said, but let's do something else. And I want to go outside. She wanted to go outside, all naked, and stop traffic. Let's stop traffic. I want to hitchhike. And she went outside. I said, you're crazy. Are you going to do that? And yeah, she did. Funny enough, at that time I was doing that book and I was starting at Bazaar and I was also starting at Gelman Klein. So he was like trimming this, you know, boom for me. And he was like, oh wow. Baron's Urknall. Eine sexy, minimalistische Ästhetik, der bis heute treu geblieben ist. So, let's do it. So, let's do it. So, let's do it. So, let's do it. So, let's do it.